Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Ash Gray. Wir haben noch eine Rechnung offen, und zwar mit Misty, diese kleine Bitch. Diesmal bekämpfe ich sie und gewinne. Ich habe nicht... Ah, das haben wir schon. Sie hat nicht gedacht, dass sie gegen mich kämpft, bevor sie ihr Fahrrad zurückbekommt. Aber jetzt wird sie rachig. So eine kleine Bitch. Ich musste meine Pokémon so hoch trainieren, ne? Anders ging es gar nicht. Oh, das läuft gut. Ich bruder. Ey, das läuft gut. Mit schlechteren Leveln habe ich nie gewonnen. Okay. Wir haben ja noch unser Level 22 Tauboga. Wenn du das nicht schaffst, ne? Ah, danke schön. Ey, das sah... Sieht vielleicht einfach aus, aber das war scheiße schwer. Oh, aber ich wollte gewinnen. Äh, heul doch, du kleine Bitch. Höh. Tut mir leid, hier einfach so rein zu platzen, Ladies. Jetzt werden wir diesen Staubsauger benutzen, um eure Pokémon einzusaugen. Ash, schnell. Ich will deinen Pokémon heilen. Ich will mein Pikachu wieder. Und jetzt ist es gut trainiert. So, jetzt geht's los. Die Wasser-Pokémon haben einen Vorteil im Wasser. Aber wenn wir sie stehlen und sie weg vom Wasser bringen, dann sind sie uns ausgeliefert. Dieser gigantische Staubsauger, den wir gestohlen haben, sollte uns dabei helfen. Ich will mal wieder, äh, einen Standardspruch von Team Rocket aufsagen. Kann den doch so gut. Manifest. Bei den alten Pokémon-Editionen, das war so schrecklich, dieser Sonnenschack. Der war so ein schwarzer Kreis. Und so, k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k. Ah, ich bin vergiftet worden. Dreckig. Da will ich. Okay. Die holen einfach nur, um das sie verloren haben. Das war mal wieder ein Schuss in den Ofen. Wir haben niemals unseren Kampf win. Was? Ich hab doch besiegt. Aber ich weiß, wie stark ich wirklich bin. Ich werde noch stärker kämpfen. Und der größte Wasser-Pokémon-Trainer werden. Hab ich jetzt den Ohr? Nein, ich will mein Pokémon. Ey, du Bitch wegen dir. Tut mir leid, das ist auch Bitch stark. Ich will, dass ich mein Pokémon umbringe. Schwester Joy. Ey, wie viel AKP hat's noch? Achso, das geht ja noch. Ja, komm. Okay. Ich würde sagen, dritter Orden. Da ist doch diese... Dieser Ort. Ja, ne? Da ist der Ort, genau da. Da ist die MSN. Warum muss ich immer mehr MSN nennen? Oh, es war Team Rocket. Ja, das ist der Laden von dem Vater. Oh, und da haben sie also den Staubsauger geklaut. Oh. So. War also Team Rocket an diesem Raub beteiligt. Ja. Zum Glück hab ich sie aufgehalten, stimmt's? Wow. Nicht im Kreis laufen. Das hasse ich. Ich bin schon ganz oft einmal im Kreis gelaufen. Vor allem in der gelben Edition. Wo soll ich denn wissen, dass es so nicht weitergeht? Da unten geht's doch weiter. Da. Rennen. Was ist da links? Muss ich das zerschneiden? Ne. Rute 5. Vielleicht bekomm ich da... Shiggy. Wieser Sam. Mauzi. Mauzi. Und... Du Glumander. Los. Ah, ein Mirapla. Dann ist es Wieser Sam. Das ist dieser komische Ort. Mira. Mirapla. Bieser Sam. Bieser Sam. Bieser Sam. Pulbersaur. Ich finde Pulbersaur ist lustig. Der Name so. Hört sich an wie die Dinosaurier. Ja, ich weiß, dass es auch so soll. Die Klappe. Ich weiß es. Ich weiß es. Was ist das? Team Rocket. Ihr... Was? R... Rie is nothing here. Haha. Rie is nothing here. Rie is nothing here. Rie is nothing here. Komm ich wieder raus? Ich... Hier gibt es aber schon... Äh, ich schwöre euch, ne? Wenn es hier kein Fluchtsaal gibt, ne? Was ist, wenn ich jetzt kein Fluchtsaal dabei hätte? Ich will hier nicht mal reinfallen. Dann muss ich resetten. Oh, jetzt bin ich... Ich dachte, ich bin irgendwo reingefallen. Oh, sieht aus wie... Erinnert mich an Shaman. Da war doch so... Pokémon... ...Dioman per Platin. Dieser Ort, wo man... ...ganz lange Blumenfelder vorbeirennen muss. Das ist nämlich... Hallo! Oh, hallo! Mein Name ist Melanie. Ich bin hierher gezogen, so könnte ich ein Krankenhaus für Pokémon, verletzte Pokémon machen, die von ihren Trainern freigelassen worden waren oder so. Also, das ist mehr als ein... ...als ein Spar, ja, kann man so setzen, als ein Krankenhaus. Was, diese Löcher? Oh, tut mir leid. Ich hab diese gemacht, weil ich... ...weil ich Pokémon-Trainer wollte, die sie... ...die so viele Pokémon, die Verletzten fangen wollten. Das ist, warum ich hier ein Schild aufgestellt hab, da, wo man keine Pokémon fangen darf. Also, bitte... ...respektier das. Hm, dieses Pokémon... ...das ist... ...dieser Samen. Es ist... ...es ist einfach so der Beschützer von dem ganzen kleinen Stattier. Ja, das ist die denn hier. Es ist das mutigste und loyalste Pokémon, das ich kenne. Ash, ich weiß. Kann ich dich übers... ...kann ich dich, ähm... ...ähm... Ich sage dir, das ist ein Pokémon für dich. Möchtest du es in deinem Team tun? Also, es ist... Ich will es eigentlich trainieren, aber... ...ich weiß es nicht, es ist... ...es kann hier nicht trainieren, weil es hier Pokémon beschützen muss. Wieser... ...wieser Samen? Ach, du Scheiße. Oh, ich hab's nochmal... ...eine... ...dann bekomme ich unendlich... ...Fahrungspunkte hin. Und das wird Scheiße. Alles ist gut, alles ist gut. Jetzt fangen! Ich hab hier nur elf Pokéwelle. Fang, 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 fang. Jo, Mann, ich hab halt Bieser Samen gefangen. Ja. Ja, ich nimm es Bieser Samen. Auch wenn es sich... Nein, dann darf es sich ja nicht entwickeln, deswegen nimm ich es Bieser Samen. Nichts gehört, dass der Ash sein Pokémon entwickelt hat. Bieser, Bieser Samen. Da fiel da rein. Ja, kein Ding. Immer wieder Gandu. Item. Hey, das ist ein Ausgang. Ratatatata. Ratatouille. Manche englische Namen sind besser als die Deutschen. Wozu, wer bin ich hier? Glumander? Glumander! Es ist ein Glumander, aber es... ...kann nicht kämpfen. Vielleicht hat es einen Trainer. Ah, da ist dieser... ...Idiot, oder? Der da, genau. Ich hab hier Pokémon. Ey, das ist Damien, der ist ja Drecksack da. Ja. Ja, ich hab... Ich hab's... Es war zu schwach, deswegen hab ich's da ausgesetzt. Ich hab einfach gesagt, dass... ...dass ich hier wiederkomme. Also, es ist so dumm und wartet bestimmt immer noch, oder? Haha. Ich bin ein Arsch. Ich kann dich geköpfen. Ah, es regnet. Nein, die Flamme an seinem Schwanz darf nicht ausgehen. Glumander. Glumander. Es sieht ziemlich mitgenommen vom Sturm aus. Nimmst du's mit dir? Ja. Ja, ich geb' ihm den Spitznamen Glurak. Das darf sich entwickeln. Aber das ist auch das einzige von den drei Staten, das ich entwickeln darf. Soweit ich weiß. Oh, oh, so, ja, das stimmt. Gute Idee. Hier. Wo's dieser Drecksack? Ich telefoniere! Not. Hey! Ich kam zurück zu Glumander, genau wie ich's versprochen hatte. Also, gib es mir. Es ist meins. Ich hab's gefangen, okay. Verstanden. Es ist... Gib es mir einfach. Ich versteh nicht, was du sagst. Ich versteh zwar viel, aber nicht so viel. Also. Komm! Willst du mit mir kämpfen, oder? Ja, dann. Mein Ast-Trainer ist der auch noch. Mein Dreckiger. Ich kann damit nicht fähren. Traumato. Rehorn. Das versteh ich noch. Rehorn. Rehorn. Los, Glurak. Oh. Oh, oh, oh. Dann ist es doch nicht Stahl. Ups. Meine Schuld. Was ist denn... Ich bin ein guter Trainer. Glaub mir doch. Was ist denn mit dem? So ein Dreckiger. Ah, siehst du? Ich hab wenigstens Glurak ein bisschen hochgelevelt. Oh, oh. Dann nimm's doch einfach. Danke. Du bist dieser Dreckige Helfen von Damien. Mit dem muss ich doch ein Hühnchen rupfen. Was hat er gesagt? Ich hab's nicht gelesen. Er kam hierher und hat geweint. Officer Rogi. Die machen wir noch. Haben wir noch Zeit. Tut mir leid, aber... Die... Oh, ich hab's nicht gesehen, aber... Auf jeden Fall. Die Schietruppe. Ist immer noch hier. Ich kann hier niemanden durchgehen. Bis es jemand fängt. Wow. Was? Zum Donnerwetter? Ah, ha, ha. Schick, 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 schick. Das ist ihr Anführer. Er startet dich an. Ich möchte mit dir kämpfen. Hör auf! Ist alles okay mit dir? Hast du dich verletzt? Diese Pokémon-Gang nennt sich der Schickitruppe. Die sind alle Schickis, die von ihren Tränen verlassen worden waren. Sie haben keinen Tränen. Also sind sie wilde Pokémon und verarschen alle in dieser Stadt. Es ist wirklich traurig, weil... Irgendjemand muss sich um sie kümmern, oder? Sonst werden sie immer böse. Also bitte, pass auf sie auf, okay? Ich komm jetzt nicht weiter, ne? Schickitruppe? Ja, gib mir einen. Was? Old Rod? Old Rod ist doch schon... Ein altes. Ein Nibbel. Not even a Nibbel. Goldini, Goldini. Können wir nur gucken, ob das wirklich ein Angel ist. Hallo, Misty? Bist du das? Äh... Was ist mit mir? W-w-was? Ein Donnerwetter. Ah, ist es weg. Warum ist es weg? Alter... Was ist denn Jenny? Der ist... Okay, nicht Jenny. Wie soll ich denn hier durchkommen? Ich hab Blitz nicht. Ich blitz? Bu... Boah. Mach-chen. Boah. Gleich, ich weiß. Den versteh ich jetzt leider nicht. Das war ein dreckiger. Ich wollte, dass ich immer dreckiger sage, aber ist das so. Bin ich gerade durch den... Äh. Mann, du hast starke Pokémon. Nein, nein. Ich komme jemals wieder raus. Naja, ich bin das in zwei Richtungen gegangen. Zubat, ich hasse dich. Heiß am Stiel, ich töte dich. Jetzt verstehe ich den Sinn dieser Frau, auch wenn ich eigentlich... ...der Pokémon Center nicht so weit weg wäre. Wieso kann ich mich in diese Hülle nicht erinnern? Ich habe doch keinen Namen. Ich habe die Serie angeschaut, keine Sorge. Ah, ein Stein. Geht's hier weiter? Ich habe doch... Aber ich habe keinen Blitz. Ich habe keinen Blitz. Ich müsste mich doch erinnern, wenn ich einen Blitz hätte. Habe ich überhaupt einen TM? Habe ich keine TMs? Bin ich hier überhaupt richtig? Habe ich nicht. So viele Fragen. Und so wenig Zeit. Wenn du es hier durchgängst. Auch wenn ich keine Ahnung, was das für eine Hülle ist. Und ich eigentlich einen Shiki haben würde. Ist der Ausgang? Ja, Mann. Ah. Verstehe ich nicht. Nee, das ist es doch nicht. Warte, ich kann ein Fluchtseil kaufen. Wann kommt es dann mit dem Glomander, dass das irgendwann entführt wird und so? Hä? Kommt es überhaupt noch? Bin ich hier? Sag mir jetzt nicht, dass ich hier irgendwie... ...weiter geht. Es scheint nicht weiterzugehen. Ich hasse Pokémon... Also, nicht Pokémon. Ich hasse Spielebleibung zu spielen. Auch natürlich beim ersten Durchspielen. Wenn wir jetzt gescheite Pokémon sind. Oh, ich... Auch Blitz! Die Möglichkeit dazu hätte! Geh da einfach mal in Richtung Dritter Orden, oder? Darf ich da durch? Sind sie da? Ah! Ich bin weiter! Ich bin weiter! Ich bin dann eigentlich jetzt zurück. Hm? Ah, ein Baumstumpf. Vielleicht sollte ich nochmal zurückgehen irgendwann. Aber jetzt scheint mir der... ...Aussicht... ...Aussicht... ...Gloss... ...Hey, Knofenzer. Also... ...What the fuck? ...W-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-newh-w-w-w-w-w-w-w-w justice-w-wah-w-w-w-w? Ach so Oh man Pikachu hat sich verletzt Was? Was ist Pikachu? Ich habe einen Pikachu Wenigstens kenne ich jetzt den Weg Ah Pikachu Es ist ja ziemlich verletzt zu sein Ah es braucht einen Supertrank Was ist in der Folge? Das weiß ich gar nicht mehr Wo soll ich denn wissen, dass ich hier angeln muss? Ich habe die Angel bekommen und ich hatte einen Guldini dran Was? Ach so Ich brauche einen Supertrank Rede mit mir, rede doch mit mir Was? Was? Danke Als Basis-Item Also mit Blitz wäre ich hier weiter Pikachu Natürlich Ah Klasse Das sieht gut aus Okay Let's Schein Schuld Das möchte mein Team Es ist mir nicht reingesprungen Ein Spitzname Shakey Shake Entwickle ich auch nicht Darf ich nicht Shakey Shake Ja was ist das jetzt? Warum ist die Rocket nicht aufgetaucht Und warum habe ich kein Glumander benutzt Das mir den Weg gezeigt hat Und warum Hallo Ah ok 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 Das sind jetzt gute Leute Oder so Guck mal meine Fußspuren Hier kann ich nicht schwimmen Echt das ist jetzt der dritte Orden hier Oh Das gefällt mir Ich glaube ich muss ihn trainieren dafür Was ist das? Was ist das? Bildssicht Ah so Gibt es hier einen Krabbi? Ja Klopp klopp Wer ist da? Ja Du wirst nur mein Telefon benutzen Ah Kaputops 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 Ja Hallo Ash Du hast Was? Ich habe noch kein Krabbi gefangen Oh Gary hat schon 45 Pokémon gefangen Was? Da ist noch der Bill oder? Hallo Professor Ich bin lange nicht mehr gesehen Du bist Das ist risslich Ja ich bin Bill Und habe ein Kaputop Kostümer Ok ich helfe dir beim Ausziehen Vielen Dank Vielen Dank Das ist sehr nett von dir Also Ich studiere ein Pokémon Es kam In meinen Leuchtturm Eines Nachts Und ich habe so eine Geräusche aufgenommen Erzählt ihr das gerade? Ja da ist immer eben ein neues Pokémon So Da Dragoran Das ist eine gute Folge Nein das ist nicht das Biggest Pokémon Das war nur sehr 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 groß Also Oh wenn ich das jetzt sehen könnte ne Das wäre geil gewesen Aber das erwarte ich auch nicht Wo soll ich denn hier ein Krabbi fangen? Sag's mir Oh Ja eine bessere Idee Ich Ich beende diesen Part Für heute Ich bedanke mich fürs Zuschauen Leute Das reimt sich Okay Wir sehen uns Im nächsten Part hoffentlich Ist kein Krabbi Nirgendwo Krabbis Egal Wir sehen uns im nächsten Part hoffentlich Und Hey die kämpfen Bis Was mit der Ash jetzt machen Er wird sich im Pokémon Center Bis zum nächsten Part Danke fürs Zuschauen Tschüss